Ja hallo meine lieben Freunde und willkommen hier mal wieder auf meinem Kanal zu einem Video nach etwas längerer Zeit, denn ich habe ja jetzt zwischenzeitlich nicht wirklich viel hochgeladen, aber ich habe zwischenzeitlich ziemlich viel dieses Spiel gespielt, zumindest die letzten paar Tage, denn es handelt sich hierbei um Arma 3 und den altes Live Roleplay Mod, so würde ich ihn jetzt mal nennen. Ich bin ja gerade auf dem Server Brutes of Gaming, könnt ihr auch mal nachschauen, falls ihr selber Arma 3 habt und könnt jederzeit natürlich auch hier spielen. Ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt so ein paar Videos machen, einfach um mit euch meine Erlebnisse zu teilen, weil ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache und ja, hier kann man viel erleben und wie ich gerade schon gesagt habe, Roleplay heißt ja, hier findet auch viel Rollenspiel statt, es gibt hier viele Sachen, die ihr wirklich erlebt, die ziemlich lustig sind, die ziemlich spannend sind und ich denke mal, es ist für euch eine coole Sache, mich hier zu begleiten. Um mal ganz kurz zu erklären, was ich hier bin, wer ich hier bin, was ich hier mache. Ich bin jetzt auf diesem Server Polizist, mittlerweile habe ich schon den Rang Leutnant, das heißt, ich habe mein eigenes Squad auf diesem Server, die sind gerade zurzeit nicht online. Könnte mich und Gamer gleich wieder abholen, Mimili? Und ihr habt gerade schon gehört, das ist mehr oder weniger der Funkspruch von der Polizei, das heißt, wenn da irgendjemand reinredet, dann hören das sozusagen auch wir und, ähm, beziehungsweise ich. Und, ähm, da kommuniziert sozusagen die gesamte Polizei meistens drüber. Nähe DP8, zwischen DP8 und DP9. Zumindest ist die Squad-Leader-Konferenz. Ah, die Engine war auf dem Meer einfach rot. Und wir lassen sie auch einfach mal ausreden. So, und, ähm, ja, ihr könnt ja mal kurz auf die Karte kommen. Ja, willkommen. Mit mir zusammen. Hier, das ist die Karte, die ist riesengroß. Und vorab schon mal, um das Ganze zu klären, das ist jetzt kein Tutorial oder irgendwas, um euch etwas beizubringen, sondern das ist jetzt schon ein Video für Leute, die das Spiel kennen, die davon Ahnung haben. Ähm, ich werde aber ganz kurz trotzdem mal für alle, die wirklich überhaupt keinen Plan haben und dennoch diese Videos gucken wollen, nur einmal ganz kurz in einer Minute sagen, worum es hier geht. Wir haben hier eine Karte, hier, äh, sozusagen kann man überall verschiedene Sachen machen. Du kannst verschiedene Jobs annehmen, da kannst du schon Sandverarbeitung fahren, kannst dann, äh, also Sand musst du natürlich erstmal sammeln, dann kannst du so Sandverarbeitung irgendwie fahren, kannst das alles halt eben fertig machen. Und, ähm, das war jetzt eine ganz kurze Erklärung. Zum Beispiel kannst du auch mit Drogen dealen, also es gibt ganz viele Sachen, die du machen kannst, es gibt viele illegale Sachen. Und wir als Polizei müssen verhindern, dass eben illegale Sachen stattfinden. Und allgemein müssen wir für Ordnung sorgen auf dem Server. Es gibt hier keine CPU auf dem Server, das heißt, es sind alles echte Spieler hier und deswegen macht das auch umso mehr Spaß. So, jetzt gleich werde ich sofort hier, äh, ins Rollenspiel einsteigen, das heißt, ich werde nicht mehr kommentieren. Es wird kein typisches Let's Play sein, wo ich hier rumlabere, was, was jetzt irgendwie hier gerade passiert, sondern genießt einfach das Rollenspiel und genießt, äh, was hier gleich abgehen wird. So, deswegen schnappe ich mir jetzt auch mal schnell ein Auto und dann geht's ab in die Stadt. Wir nehmen natürlich jetzt mal einen Offroader, weil das andere Auto macht nur dann Sinn, wenn, ähm, ziemlich viel Action ist. Ich wechsle auch mal ganz kurz die Sicht. So. Und, wie ist die Wassertemperatur so? Und dann düsen wir mal zum Marktplatz. Mein Spot ist, wie gesagt, gerade nicht online. Ich denke mal, bei den nächsten Aufnahmen werdet ihr das sehen können. So, er kommt nicht mehr aus dem Wasser raus. Also irgendwie, ich weiß nicht. Kuh drücken. Ich glaube, er ist in eine Muschel getreten. So, ich fahr da mal zum Marktplatz und gucke mal, was da so abgeht. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Das liegt daran, dass die Map gerade noch lädt, weil ich gerade erst online gekommen bin. Dadurch kann es sein, dass es ein bisschen leckt, aber ich denke mal, es ist wahrscheinlich nicht... Ich taser ihn mal, er kommt da endlich mal frei. It's the final countdown. Stimmt, eine riesen Miesmuschel. Ähm, Mentor? Ja, was ist? Vor den Armen, den du beinahe überbredet hättest, der vor dem... Tasen im offenen Meer. Ja, ich weiß, aber der ist mir auch vor das Auto gelaufen. Ich habe noch rechtzeitig gebremst, also das war ziemlich knapp. Ja, allgemein. Die Kollegen hatten vorhin schon Probleme mit dem Jungen. Und auf jeden Fall, der beleide ich gerne. Okay. Ich schreibe, ich habe nur Englisch. Okay. Guckt gerne Rucksäcke an und belästigt andere. Eine Schocktherapie hilft doch manchmal. Okay, er weiß nicht schon mal Bescheid. Ich glaube, Bale ist mein Täterschutz nicht ganz so bekommen. Ich glaube auch. Weil der Bale voll mit 80 circa durch Markus gehämmert und der habe ich jetzt mal einen One-Shot-Tailor-Shot gegeben. Pfluch, die Muscheln? Okay. Das waren höchste 35. Ja, aber Hogan, ich wollte sich so eine kleine Kette machen. Wie gesagt, 36. Alle höchste. No, aber mit der pinken Muschel bitte. Also, ich weiß ja nicht. Wir haben so einen ganz guten Kanickelstahl mit einer Psychiatrie drinne. Da gibt es auch so Elektroschop-Therapie. Wollen Sie da rein? Wo werden die anderen in einem geschlossen? Ach, das wollen Sie mir gar nicht so genau wissen. Officer? Ja, was gibt's? Kurze Frage. Also, du darfst sie nicht offen tragen. Das heißt, du musst sie in deinen Rucksack stecken. Und hier auf dem Marktplatz sind im Allgemeinen sowieso keine Waffen erlaubt. Wenn du aber draußen unterwegs bist, darfst du sie natürlich halt auch zur Sicherheit tragen. Und auch offen tragen. Nur bitte nicht hier in der Stadt. Also, solange die in deinem Rucksack ist in der Stadt, ist das alles in Ordnung. Solange man jetzt einen Waffen stecken hat. Muss aber aufpassen, dass dir keiner dir auf den Rucksack klaut. Auf den Rucksack aufpassen. Genau, immer auf den Rucksack aufpassen. Moment, da kommt ein Quad. Ja, das kennt man ja von der Z-Mode zum Beispiel. Der wird jetzt öfter mal ein bisschen geklaut. Sehr gut, das war's schon. Alles klar. Ja, kein Problem. Dankeschön. Gibt es unter Wasser? Winten in die Hülle. Können Sie mal bitte ruhig sein da oben? Ich bin eine neue Marktwänger. Mentor, ey. Du musst mal auch deine Leute noch ein bisschen unter Kontrolle mehr kriegen, ne? Was? Wen? Wir können gerne uns mal einen TS unterhalten. Wer denn? Ja, wir unterhalten uns mal einen TS darüber. Bitte. Der Bail ist nicht bei mir, falls du das meinst. Ich will laufen. Hä? Na, Gott bewahre. Das hab ich jetzt auch verstanden da oben. Das war auch extra so gemeint. Ich taser dich gleich da runter. Kommst du mal hoch zu mir? Äh, jein. Wäre gut, wenn du, oder weiß ich nicht. Ich kann nämlich gerade nicht weg eigentlich. Ja, an sich, ähm, es, es geht nicht, dass deine Leute zu dritten Wait machen wollen. Ein was? Kannst du mal hier weggehen? Ein Wait. Die wollten zu dritten Wait machen. Das geht schon mal gar nicht. Ja, das hab ich auch nicht gesagt, dass sie das machen sollen. Ach, wollten sie aber auf jeden Fall machen. Ähm, und es geht auf jeden Fall nicht, dass die bei der Autobahn, Autobahnpolizei zu dritt hocken. Ja, mit einem Fahrzeug. Ja, das ist, wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja nicht so streng. Das ist, äh, in einem Fahrzeug und ein zu dritter drinnen hocken, das geht nicht. Du darfst aber auch, du, nicht vergessen, dass da immer noch zwei Rekruten bei sind. Das heißt, die müssen auch noch lernen. Das ist richtig, auf jeden Fall. Aber mindestens denn zu zweit Autos, denn. Weil wenn die in einem Verfolgungstag sind, in einem Auto, dann... Ich weiß, das geht nicht. Das hab ich denen aber auch erklärt. Ich war mit denen ja selbst an der Sperre mit drei Autos. Und hab denen erklärt, dass sie mindestens mit zwei bis drei Autos, ne? Ich war halt nicht da, kann ich ja nichts machen. Wenn ich nicht... Natürlich geht das nicht, das ist richtig. Irgendwie grad komisch. Da werd ich ihm auch noch was zu sagen, da hast du vollkommen recht. Das war, wie gesagt, nur nett gemein zu sehen und auf jeden Fall, wär mal gut, wenn man das erklären könnte. Klar, natürlich. Ich werd mit denen sprechen. Das war halt schwierig, weil ich heute arbeiten musste und, ähm... Deswegen musste ich halt weg. Willis geht natürlich vor. Aber ich sag jetzt mal, wir sind ja auch irgendwo gleichgestellt mit Basti und wenn Turtle und ich schon zu ihm sagen, das geht so nicht. Zumal es geht auch nicht, dass ein Rekrut alleine bis zum Checkpoint 2 fährt. Das geht nicht. Ähm... Ich weiß auch nicht, wieso der überhaupt alleine hingefahren ist. Weiß ich nicht. Er ist alleine hingefahren. Was ist passiert? Er wurde überfallen von Rebellen. Nicht ernsthaft, oder? Ja, da gibt's aber, da gibt's aber richtig Ärger, wenn die noch mal, wenn die morgen wieder kommen. Könnt ihr kurz mein Auto beschlagt haben? Ich hab keinen Schlüssel mehr. Ja, wo steht denn das Auto? Wie gesagt, du hast doch keinen Schlüssel mehr. Du hast zu deinem Auto immer einen Schlüssel. Ich hab den Hemd da hinten, den hab ich gerade eben frisch gekauft und jetzt hab ich keinen Schlüssel mehr. Ähm, bist du zufällig ausgelockt? Weil dann kann das sein. Ähm, ja, gerade eben. Bail, geh mal vom Auto weg. Ne? Such dir einen anderen Parkplatz, Mensch. Jetzt ist Alter so, den Hemd, den Hemd, ne? Ja, der da hinten in der Ecke steht. Ne, ich fahr hier nicht weg. Ich bin echt und mich schön hierhin gepaucht. Ja, das ist ein Spunk-Geeleiter. So. Okay. Mal sehen, was hier so abgeht. Wo ist das hier? Big Axe, money. Ja. Ah, ah, Ahmet! Hey! Halte Wapp oder so. Er hat doch lieber geklaut. Ey. 6, fall back. Ehm, kurz zur Frage, wie regle ich das am besten? Da hat ein Typ gerade, der kein Wort versteht, den zweiten Leuten Geld, Pickaxe und allem möglichen Kram geklaut. Ich glaube, der versteht schon, aber so wie der hat der gerade... Nee, kann ich jetzt speak English? Ja, der beleidigt ja nur, der Typ. Der ist ja nur am beleidigten Arm. Ja, ja, ich merke das gerade schon. Der ist auf Krawall gebürstet, der Kollege. Ähm, eventuell auf Englisch nochmal versuchen. Versuche ich gerade, aber der scheint nur zu beleidigen. Er ist komplett auf Krawall. Ja, der ist komplett auf Krawall gebürstet und... Ich will ihm auch sein. Der hat ja schon... Er ist pausenlos am beleidigen. Den hatten wir ja vorhin irgendwie festgenommen, als er irgendwie drei Leute nach Gangplatt gefahren hat. Ja... Ich würde sagen, dann... Ja, was ist denn jetzt hier mit unserem Zeug? Ja, eher das Auto. Ja, wenn er von alleine nicht rauswirft, dann können wir da nichts machen. Und das gehört nicht zum Wurplät, den jetzt über den Haufen zu schießen. Nee, das meinen wir auch gar nicht. Ja, aber wichtig ist ja das Auto. One. Four and on me. Das Auto ist in der Garage. Das könnt ihr euch da wiederholen. Das Auto ist doch gesichert. Nee, weil ich hab halt keinen Schlüssel. Also, ich hab... Das kann ja gar nicht sein. Ich hab wieder wieder aus der Garage. Ach so. Den krieg... Ah. Du musst aus der Garage neu holen, dann kriegst du einen neuen Schlüssel für den. Richtig. Der... Also, dass du's ganz verlierst, das geht nicht. Könnten Sie mal bitte aufhören, hier um mich herum zu rollen? Vielen Dank. Hallo. Da unten bitte einmal aufhören. Hallo? Aufhören. Ahmet, gib unser Zeug wieder hier, Kollege. Ich glaube, Caro möchte mit getasert werden, oder? Ach, Gamer, du bist ja da. Nein, regroup. Au, möchten Sie getapert werden? Nein. Ich möchte nicht getapert werden. Äh, Gamer, ich komm mal jetzt gleich in TS, und dann kommst du noch kurz hoch. Jo. Hey, hey. Gamer, wer ist jetzt da? Wer ist jetzt da? Final auch noch. Final auch noch, okay. Ähm, pass auf, ich hab grad nur irgendwas gehört. Ich möchte einfach nur mal so hören, was du sagst. Ich hab gehört irgendwie... Andere Frage. Was habt ihr denn gemacht, als ich weg war? Äh, also die letzte Stunde wäre das denn gewesen, als ich mich eingeloggt hab, äh, war ein Bank, äh, Raub gewesen und dann sind wir hingefahren. Ich mein ganz am Anfang, wo ich weggefahren bin, also wo ich weggegangen bin. Ja, darf ich damit umfahren? Warte von, äh, warte von, äh, warte von. Weil ich hab die Nachricht bekommen, ihr hättet wohl irgendwie, ähm, einen Posten gezogen, da an der Salz-Dingsbums da, Salz-Kontrollstelle da. Und ich wär's irgendwie nur mit einem Fahrzeug da gewesen, dann wär einer zu einem anderen Posten alleine hochgefahren. Das hab ich euch aber nicht beigebracht. Ich hab immer gesagt, dass ihr mehrere Fahrzeuge mitnehmen müsst. Ich hab euch auch immer gesagt, dass man nicht alleine zu so einem Posten fährt. Also ich weiß nicht, äh, was ist das? Also, äh, wir hatten den, äh, Posten bei der Autobahnpolizei bezogen. Ja. Ähm, wir waren aber vor... Moment, ich muss mal kurz hier... Kurze Frage. Der Achmed, der hier ist, der pausenlos dort und Polizisten auf Englisch belohnt. So, ähm, ähm, also wir waren mit zwei Autos unterwegs. Das ist zwar nicht da, was wir verkörpern, aber darf ich den erschießen, damit er die Item von den Leuten dort liegen? Ähm, die Item, obwohl doch, ähm, er wird eh gleich da freiwillig. Ich versteh gerade nichts, ich versteh gerade gar nichts. Ja gut, bring, bringt ihn irgendwo hin, Nats, morgen, dann wird er gebannt. Keine Ahnung. Wusst nicht, dass du auch in den Game bist. Ja, bin ich natürlich. Ja, es geht halt um den Loot von den Leuten, weil er freiwilligstehend Kram nicht rausbringt. Ja, erstattet, macht's einfach ganz einfach, wir bahnen ihn, äh, die Leute sollen sich einfach melden, wenn was fehlt, und dann kriegen sie das Geld wieder fertig. So, jetzt. Gut, äh, also wie gesagt, wir... Wir wissen aber nicht genau, was er alles aufgenommen hat. Ah, ey. Äh, wir haben also, wir haben Notruf bekommen, ähm, sind mit zwei Fahrzeugen losgefahren. Eins ist Schrott gegangen, bestimmt. Ja genau, ich glaub, das war sogar meins, weil die Reifen, äh, im Boden gebackt haben. Ja, auf jeden Fall sind wir dann hingefahren, wurden unterwegs dann drauf hingewiesen von einem Kollegen, dass wir, äh, jeder Einfahrzeug bemannen sollen. Aber wir sind erstmal weitergefahren, da wir unterwegs eben auch keinen, äh, Carshop hatten, für uns. Als wir dann auf, an der Autobahnpolizei waren, haben wir die Hindernisse beseitigt und, äh, sind dann noch einmal kurz Richtung Sothia gefahren. Oder entweder Sothia... Ja, aber wenn die anderen euch drauf ansprechen, wieso gebt ihr dann zur Antwort... Nein, gerade nicht, eine Sekunde, bitte. Äh, aber wenn die, ähm... Eine Sekunde nur, ich bin gleich da. Ähm, wenn die euch aber drauf ansprechen und du dann als Antwort oder irgendwer, ich weiß nicht, Basti muss es ja wahrscheinlich dann als Antwort gegeben haben, so nach dem Motto, ja, komm vor, ist mir egal, so, weißt du, ich hab das nämlich gehört, äh, gerade, dass das wohl so gelaufen sein soll. Dann sagt man einfach, ich mein, ihr könnt nicht mit einem Fahrzeug da hinfahren, egal was es ist, dann dreht ihr halt um und fahrt zurück. Weil du kannst nicht da Posten beziehen und ich hab auch gehört, einer von euch als alleine irgendwie zum Kontrollpunkt 1 oder so gefahren und wurde dann von Rebellenfahrzeugen angegriffen. Sorry, also, was soll das, alleine zu dem Kommando, äh, alleine zu der, zu der Sperre da zu fahren? Also, alleine bei 1 oder 2 waren wir echt auf gar keinen Fall. Warum wurde mir das gerade erzählt? Das weiß ich echt nicht, also... Vielleicht warst du da nicht mehr da, aber irgendwie wurde gesagt, einer sei alleine zu Kontrollpunkt 1, 2, ich weiß nicht, irgendwo zu irgendeinem Kontrollpunkt hingefahren. Das geht natürlich nicht. Ja, aber als wir uns letzten Endes dann bei der Autobahnpolizei in dem Kontrollposten da bezogen haben, haben wir uns jeder eine Karre besorgt. Warum hab ich dann gerade Bescheid bekommen, dass ihr dann nur mit einer Karre standet? Nee, also, äh, bei der Kontrolle selber standen, weil letzten Endes mit drei Karren. Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wo haben die euch denn angesprochen? Final hat mir gerade gesagt, sie hätten euch angesprochen, darauf. Und ihr hättet gesagt, ja, so nach dem Motto kommt vor und, ja, ist egal. Nee, sie haben uns angesprochen, als wir noch auf dem Weg von, Moment, ich muss noch mal angucken, Kavala Richtung Autobahnpolizei waren. Okay, gut. Bei der Autobahnpolizei kriegt man auch Fahrzeuge, oder wie? Ja, genau, bei der Autobahnpolizei kannst du ihr Fahrzeuge kaufen. Ach so, ja, gut. Aber ihr standet dabei auch eine Weile mit einem Fahrzeug, ne? Als wir da waren, haben wir uns jeder eins geholt. Nicht sofort, nicht sofort. Aber dann sollte das eine Zeitspanne von zwei, drei Minuten gewesen sein. Naja, ihr wartet, glaube ich, zehn Minuten nach oben insgesamt. Okay, circa. Also, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass ihr immer mit genug Fahrzeugen natürlich dahin fahrt. Und alleine zum Kontrollpunkt wird niemals gefahren, weil es einfach Quatsch ist. Nee, das ist richtig. Das bringt nichts. Ich weiß auch jetzt nicht, wie Final jetzt darauf kommt, dass irgendjemand von euch alleine dahin gefahren ist. Ich weiß davon nicht. Da ist einer von euch bei... Wie heißt der denn? Ich weiß jetzt nicht, ob es Norman war oder Game of Fix, aber es war auf jeden Fall einer von euch beiden. Ich bin gerade beschäftigt. Weißt du, zu welchem Kontrollpunkt? Ja, da oben, Checkpoint 2 war das. Ja, da oben, Checkpoint 3. Weißt du, zu welchem Kontrollpunkt. Ja, da oben, Lexus.